Jetzt steh ich im Schaft. Ich kann nicht mehr rennen. Halbes Herz. Jo, das war's. Ein herzliches Erfrischen des Mon Monat. Herzlich willkommen zurück zu einer Runde Minecraft. Ziiiink! Mit Nephi. Hallo! Zwei Idioten in einer Atlas-Kuppel. Working Title. Hat das Gewitter jetzt endlich mal aufgehört? Endlich. Es ist aber mal so ruhig, ey. Ja, mein Auftrag ist klar. Ich muss zum Vulkan. Geht doch weiter. Meinst du, damit die Leute das bei dir auch mal sehen? Die nur bei dir gucken und irgendwie nur bei mir und keine Ahnung. Die bei dir nicht gucken möchten. Oder die Leute, die nur bei mir gucken, aber bei dir nicht. Davon gibt's ja viele. Was wir nicht verstehen, Leute. Erklärt es uns. Ja, würd mich mal so interessieren. So spontan. So von wegen. Ja, ich guck ja nur die Folge über Nephias, weil... Jo, weiß ich eigentlich auch nicht, aber... Warum eigentlich? Nee, aber das ist doch für die Leute... Also es gibt... Zahlen, die belegen, dass es Leute geben muss, die nur bei mir gucken. Wahrscheinlich gibt's auch Leute, die nur bei Goro gucken. Ja, aber da fällt's nicht so auf. So. Guckt ihr nur das halbe Projekt? Oder... oder checkt ihr das einfach nicht? Ey, ich hab'n Dungeon gefunden. Ich mein, ist ja voll okay, wenn man das nicht... wenn man das nicht versteht. Nee, dann erklären wir's euch nochmal. Ja, also wir wechseln uns ab. Ja, fertig. Klingt komisch, ist aber so. Ich hab'ne XP-Farben hier. Das ist nice. Aber ich würd schon gerne rein, weil da drin ist ne Kiste, die wir löten können. Mach das doch. Ja, aber da sind Zombies drin. Ich muss das Spawn-Huhn töten. Es ist ausgebrochen. Nein! Das arme Spawn-Huhn. Das war eigentlich unser... unser Spawn-Huhn in der Herde. Oh Gott, ich dachte schon, da wär'n böser, der Spawn. So, aber so'n Eiersalat... ...bringt zweieinhalb... Ich glaub'n... Über Spawner können von Taint bewachsen werden. Können die? Ja. Also, das wächst da drüber, dann kannst du keine Fackeln draufsetzen. So. Smart. Ja. Ich hab' den mal gesichert, also der ist jetzt da. In der Kiste war nix tolles außer drei Schallplatten. Wow. Ein Ring von Towncraft und zwei Eisen. War jetzt nicht so cool. Besser als gar nix. Wir brauchen halt Gold. Ja, das wär cooler gewesen, wenn das da dringend gewesen wär. Au. Au. Bist du gerade wieder auf dem Weg zum Vokan eigentlich, oder? Hm. Es ist halt noch hart am Gewinnern. Gevita. Gevita. Aaaaah. Warte los, Tarzan. Ach, ich bin hier durch unsere Höhle gegangen und auf einmal war da ein Tentakel. Hintai. Hintai? Wurde auch ganz oft so in die Kommentare geschrieben von mir. Schade, dass ihr aufgehört habt damit. Ja, aber an die Tentakel gewöhnen wir uns halt irgendwann. Es ist halt... So sind wir nämlich. Man gewöhnt sich schnell an das, was man hat. Wir sind nämlich Tentakel-Liebhaber. Die anonymen Tentakel-Liebhaber. Ist auch immer das Erste, wenn ich auf... Der Hashtag, das Schaf ist safe, kam mir auch gut an. Der Hashtag, das Schaf ist safe. Ich muss hier immer durch ein Tentakel-Wald durch und... Der ist die Hölle, ne? Ich kann doch bestimmt auch außenrum, oder? Ja, das war's glaube ich hier wieder. Jo. Jetzt schlicht im Schaf. Ich kann nicht mehr rennen. Halbes Herz. Jo, das war's. Du kommst da nicht mehr hin. Da haben sie mich flankiert. Hehehehe. Hehehehe. Jetzt sind wir bei minus 100 Punkte. Mission abgebrochen. Okay, ich brech die Mission ab. Können wir uns hinlegen? Hehehehe. Was corrupted by Tent? Ach, du bist sogar von Tent gestorben. Ja, da kam nämlich noch ein Schwein. Hab mich noch flankiert. Hallo ein Schwein. Hallo ein Schwein. Hehehehe. Hier ist auch die Schafs-Gang wieder. Das ist unglaublich. Da ist ein normales Schaf. Ja, Schafe kann ich immer fangen, aber Kühe halt irgendwie nicht. Eine haben wir ja. Ja, eine. Ich hätte die andere nicht töten dürfen. Mhm. Aber du musstest die andere töten, um die andere zu fangen. Weißt du, du... Meinst du? Ja, ja. Es ist alles so... Es ist gut, wie es passiert ist. Undane Power Catalyst. Okay, ich habe hier Blood Magic Zeug gefunden. Na gut. War auch in der Kiste drin. Äh... Wir müssen irgendwann mal anfangen, hier eine Ordnung zu schaffen. Mhm. Mhm. Du kannst auch mal Kisten machen. Ich habe eine aus dem Dungeon mitgenommen. Ich dachte, das reicht vielleicht. Was glaubst du selbst? Eigentlich nichts. Geh jetzt noch mal gucken, ob deine Kuh gesprunt ist. Ich geh in die andere Richtung. Es ist aber schon doof, dass man... Dass man nicht... Wenn du quasi den Punkt einnimmst, dass ich dann nicht... Wir müssen beide den haben. Obwohl wir das eingestellt haben, dass wir teilen und so. Ja. Das wäre halt das Smarteste, wenn das so funktionieren würde. Wann besuchen wir eigentlich Team Alpha? Wollen wir auch noch machen, ne? Stimmt. Ne, warte mal, Team Alpha haben wir, ne? Team Beta haben wir. Nicht Team Alpha? Nee. Glaube leider nicht. Das Problem des Vulkans ist ja, dass ich keine Dinge mitgenommen habe, um mich hochzubauen. Ja, das ist so ein scheiß Ding. Da musst du dich so hochbauen. Oder ständig buddeln. Wenn Schnee auf dem Zeug liegt, ist das mal ganz geil. Auch Schnee kann dieser Scheiß auch nicht sein. Im Wasser doch auch nicht. Ne. Normales Schlaf. So Leute, wir sind mal gespannt. Hier habe ich Boote, aber hier ich. Yo! Das Holz... Ist das da ein Rubber... Ist das ein Rubber-Tree? Weil dann muss ich den mitnehmen. Okay, hier sind normale Schweine am Hang. Will ich nur eine normale Kuh. Ein Huhn? Ein Schwein? Noch ein Huhn? Kühner kann ich ja eigentlich getrost killen, ne? Kühner kannst du ruhig umlegen. Nom nom. Essen! Nehmen wir auch mit. Und das Huhn, dann nehmen wir auch mit. Fähnte Tiere geben mir keine Schnitzel mehr, ne? Ne. Jawoll! Hast du es geschafft? Puh! Anlackt. Er hat's geschafft. Wo waren wir denn? Gamma, ne? Hm. Hm. Haben wir noch einen Bookshelf da? Da habe ich das Smeltry Book reingetan. Oh, ich habe natürlich... Ich habe natürlich vergessen, einen Eimer Lava mitzunehmen. Hahaha. Aber jetzt kannst du ja so da hin. Der Grund, warum ich da hingegangen bin. Wo hast du die Lava denn rausge... Ach, da unten. Ja, da sind mehrere Quellen. Ich habe mir vom Berg irgendwo eine genommen. Also, wo was rauskam. Weil ganz reinklettern wollte ich auch nicht. Das war mir zu heiß. Warst du denn zu risky? Hm. So, und jetzt ab damit in die Schmelze. Oh, wir haben ja Bronze, ne? Ja, aber nicht genug. Ein Ingot. Reicht der nicht. Und sechs Chicken Nuggets. Ja, das ist natürlich doof mit dem Schnee oben auf die Schmelze drauf, ne? Ja. Das stimmt. Das ist der Wahrheit. Der, der Wahrheit. Das ist auch der Gerät. Der Gerät schläft nie. Genau. Und ist immer vor der Schäfer geschäft. Yep. Der Gerät schneidet Dönerfleisch immer in richtiger Länge. In richtiger Länge? Ich hatte heute einen Döner. Hattest du? Und wie war's? Ja, war ganz lecker. War nice, sagst du? Ja. War zwar ein Döner mit Geflügelfleisch und ich find Kalbfleisch manchmal ganz cool. Aber ja. Aber ja. Sag nicht. Gibt's das in Dänemark überhaupt so? Ist das da auch schon verbreitet? Döner? Ne, eher weniger. Also wenn du mal in Deutschland bist, gönnst du dir so einen schönen Gönner. Dann kann man sich auch ruhig mal einen Gönner dönen. Einen Gönner dönen. Einen Gönner dönen. Ich geh mal einen Gönner dönen. Ich geh mal einen Gönner dönen. Einen Gönner dönen. Habe ich mir gerade einen Döner gegönnt? Einen Gönner dönen. Ich meine natürlich einen Gönner gedönt. Sorry. Sorry. Kann ich sprechen wenn ich nachmache Türkisch. Soll jetzt nicht heißen, dass alle so reden. Nee. Aber ist wieder so ein Klitsche. Klitsche. Ich mag Klitsche. Ich mag Klitsche. Nice. Jetzt konnte ich meinen Hunger wieder ein bisschen auffüllen. Langsam kriegen wir ein paar Sachen noch dazu. Die Kühe, die du getötet hast, waren ganz gut. Kühe, die ich getötet habe? Ich habe ja nicht... Wenn ich irgendwo Fleisch mitgenommen habe, dann liegt das immer im Taint-Raum. Also ich habe da... Ich habe sie getötet, unbedingt. Sagen wir es so. Das Beste wäre ja, wenn ich... Nee, warte, das gibt es gar nicht. Es gibt gar kein Soja. Was? Ja, ich bin auch... Zutiefst erschüttert. Soja war das Heilmittel in... In Dings. Nachher haben wir gar kein Fleisch gegessen, haben wir nur Soja gefüttert. Haben Connor und du gar nicht gemerkt. Was? Dass ich das so in der Nase rumgeführt habe. War alles vegetarisch? Das war alles vegetarisch. Weil Tiere zu reproduzieren mehr gekostet hat als das andere. Aber Soja gibt es jetzt hier nicht? Nee. Ist ja ein bisschen traurig so, ne? Ist mir wahrscheinlich zu einfach, wenn es das geben würde. Ja, aber die können doch nicht einfach Nahrungsmittel verwehren. Da, also von Palms Harvest Craft ist richtig wenig drin eigentlich. Okay. Was spricht denn jetzt dagegen, dass wir hier unser... Dass wir ein bisschen was ordern? Äh... Eigentlich nix. Außer die Punkte sagen, nö. Sagen die Punkte nö? Oder bist du schon fleißig am ordern? Ich bin schon am bestellen. Ich bin schon am bestellen. Ich bin schon am bestellen. Ich habe nachgeguckt. Das hat nämlich ein Zuschauer gesagt. Man kann sich auch... Bücher bauen, ohne Leder zu haben. Echt? Dafür brauchen wir zwei Pattern. Und ein String. Und drei Papier. Habe ich nicht Zuckerrohr hier nur? Da. Das ging auch ohne Leder. Jetzt, wo du es sagst. So. Und was musste ich da machen? Cooking Table. Genau. Dafür muss ich erst mal ein Buch kochen. Klingt komisch. Ein Buch kochen? Mhm. Ja, ich... Hast du jetzt irgendein Buch gekocht, oder? Ich habe jetzt... Nee, ich habe mir ein Buch gecraftet. Das habe ich jetzt gekocht. Okay. Und jetzt habe ich ein Cooking of Blockheads 1. Und das muss ich jetzt craften. Mit einem Crafting Table. Dann habe ich Cooking of Blockheads 2. So. Und dann? Und dann? Brauche ich Holz. Das dürfte ja kein Problem darstellen. Dürfte in erster Linie gar kein Problem darstellen. Genau. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil... Ich brauche dafür Black Stainted Clay. Ja, aber wir haben doch schwarze Farbe. Warte. Wann ist das nicht einfach fertig? Schwarze Farbe. Clay. Oh, ich habe noch ein Village gefroren. Ich glaube, dieses Village hat Märchen. Wie färbt man denn? Wie färbt man denn? Oh, die Kiste ist rappelvoll. Oh, die Kiste ist rappelvoll. Ja, mir fehlt ein Clayblock. Ein Clayblock? Ja. Mir fehlt leider wirklich einer. Haben wir nicht genug Clay? Wir haben genau vier Clay zu wenig. Nein. Ob wir das finden, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein. Okay, tschüss.